Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von meingeld.tv auf dem Assikuranz Award hier in Frankfurt. Begrüße ich ganz herzlich Herrn Jens Arndt. Er ist Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherungs AG. Guten Abend, Herr Arndt. Hallo, Frau Hegelwald. Herr Arndt, kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie beurteilen Sie die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen im Lebensversicherungsmarkt? Die aktuellen Herausforderungen sind eigentlich auch die Alten. Man braucht Altersvorsorge. Das müssen wir sicherstellen als Versicherung, als Lebensversicherungsbranche insgesamt. Und in Zeiten hoher Inflation, wie wir sie aktuell gerade haben, sehen wir, dass das ein wichtiges Thema ist. Dann wird auch im Alter auch alles sehr viel teurer. Umso wichtiger ist es jetzt, Altersvorsorge zu betreiben. Und das wird natürlich aktuell umso schwerer. Es ist weniger Geld im Geldbeutel. Man muss trotzdem mehr sparen. Das ist eine Riesenherausforderung. Und gleichzeitig ist ein alter Wettbewerber wieder aufgetaucht auf dem Markt. Das Festgeld und das Tagesgeld, die natürlich kurzfristig sehr attraktive Zinsen bringen. Aber langfristig führt aus unserer Sicht kein Weg daran vorbei, aktienbasiert in einer Fondspolize anzusparen. Und da ist der Einstiegszeitpunkt eigentlich der, je früher, je besser. Und deswegen haben wir die Schwierigkeit oder die Herausforderung, dass wir gegen einjährige oder kurzlaufende Tages- und Festgelder gegen konkurrieren müssen. Und gerade insbesondere im Einmalbeitragsbereich da natürlich einen neuen sportlichen Konkurrenten haben. Und dem gilt es zu begegnen und den Leuten das klar zu machen. Meiner Ansicht nach musste auch die ganze Branche zusammenrücken. Nicht nur wir als Anbieter von Fondgebunden und Versicherungsprodukten auf Investmentprodukte pure haben das gleiche Thema. Es führt langfristig aus unserer Sicht keinen Weg an Aktien vorbei. Herr Arndt, jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe, obwohl Sie es eigentlich schon fast verraten haben, welche Angebote benötigen Produktgeber und Finanzberater, um zukunftsfähig zu sein. Da kann ich es jetzt ganz einfach und kurz machen. Kostengünstige Produkte, flexible Produkte und transparente Produkte. Kostengünstig, klar, dann bleibt mehr Geld für das Sparen über. Flexibel, wir brauchen keine Bindungsängste haben. Man muss rein und raus können, man muss flexibel in Krisenzeiten reagieren können und transparent, damit man sieht, was drin ist. Als letzte Frage auch sehr spannend. Was macht denn die MyLife so besonders? Ja, Sie werden es sich fast vorstellen können. Das sind ja genau unsere Slogans. Kostengünstig, flexibel und transparent. Und das als Nettoanbieter, wo wir unterwegs sind in dem Feld Netto und Honorar, ist das natürlich genau das Thema, wo wir Antworten liefern können. Sehr kostengünstige Versicherung, in der flexibel angespart werden kann, ausgesetzt werden kann, erhöht, verringert werden können die Beiträge. Und das Ganze maximal transparent. Das kann man sich jeden Tag online bei uns anschauen. Das glaube ich und wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf dem Weg. Vielen Dank. Vielen Dank.